Hallo ihr Lieben, ihr seht, wir haben heute wieder das Resin und ich habe bereits angemischt und ihr seht schon, ich nehme wieder das Resin vor Dekor und für mich, wie gesagt, immer noch das Beste. Mir ist bewusst, es gibt auch Unterschiede in den jeweiligen Harzen, auch in der Viskosität, also auch in dem ganzen Verarbeitungsmodus, wie lange kann man damit arbeiten und ähnlichen, aber ich habe es für mich jetzt aktuell noch nicht verändert und dementsprechend ist es für mich einfach noch das Beste. Und ich habe hier einen Teil eines Geburtstagsgeschenks gemacht, welches ich, ich hatte schon vorher mal ein Video hochgeladen, da habe ich meine Pink Edition hochgeladen für eine Freundin und hier habe ich jetzt Tatsache das Ying und Yang. Das ist eine neue Silikonform, wobei Silikonform würde ich es Tatsache gar nicht mal sagen. Es war unheimlich schwer mit der zu arbeiten. Das Ergebnis ist Bombe, also ihr werdet es zum Schluss sehen, ich werde es euch zeigen und ich liebe es, aber Tatsache, das rausholen, war Tatsache eine Herausforderung, die halt auch echt schade ist, weil es halt ein sehr steifes Material ist, was da verwendet wurde. Warum das unter Silikonform läuft, ist mir noch nicht ganz klar, aber gut, wie gesagt, es hat funktioniert. Ich weiß nicht, ob es ein zweites Mal funktioniert, aber ja. Und ich hatte mir überlegt, dass ich für dieses Ying und Yang, dass ich ein, also Ying in Schwarz und das Yang dann in Pink haben wollte. Wie gesagt, es hat was mit dieser Pink Edition zu tun und dadurch war natürlich ganz klar, dass auf jeden Fall das Pink mit rein sollte. Und genau, dadurch habe ich dann jetzt eben Schwarz und Pink angemischt, beziehungsweise das war so ein, weiß gar nicht, ob es wirklich unter, ja doch eigentlich schon, doch ist ein Pink, ja. Genau, also ist halt wie gesagt ein Geburtstagsgeschenk gewesen, deswegen lade ich es auch jetzt erst hoch, dann nachdem es eben meine Freundin schon bekommen hat und damit sie es nicht durch Zufall sonst schon gesehen hätte. Ja, viele haben ja schon darauf gewartet auf ein neues Resinienvideo. Das tut mir leid, ich habe immer ganz viele Ideen und Überlegungen, was ich gerne machen möchte, was ich ausprobieren auch möchte und daher aber eben auch bloß einmal in der Woche hochlade, ist es natürlich manchmal einfach sehr, sehr schwer. Ja, ihr seht schon, ich habe es auch relativ im Echtzeitmodus jetzt diesmal gelassen, damit ihr ungefähr seht, was braucht man an Zeit, was braucht man an keiner Zeit, ja. Also ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ich bin manchmal noch nicht ganz sicher, wie viel von dem Pulver man jetzt nehmen sollte. Es kann sein, dass ich manchmal einfach auch zu viel nehme. Es ist bisher immer gut gegangen. Ich weiß, dass man die Produkte auch überpigmentieren kann und dass dadurch Fehler passieren. Also dementsprechend dosiere ich wahrscheinlich leider immer zu viel, aber es ist Gott sei Dank immer bisher gut gegangen. Und die Farben sind toll rausgekommen, die sind auch sehr schön deckend und sie sollten diesmal nicht weiter transparent sein, sondern wirklich nicht durchsichtig und genau. Und gut umrühren ist auf jeden Fall auch wichtig, beziehungsweise schon beim Anmischen auf jeden Fall das Harz und den Härter zusammen gut durchrühren. Man sollte immer um die fünf Minuten ungefähr einplanen. Man kann das so ein bisschen halt auch schauen, dass halt die Schlieren weg sind. Beim Anmischen entsteht ja so eine schlierige, milchige Konsistenz. Und wenn diese dann so nicht mehr da ist, deswegen nutze ich auch zum Beispiel gerne die Transparentenbecher. Mir ist bewusst, Plastikbecher sind immer schwierig. Für mich aber aktuell einfach zum Arbeiten noch die bessere Möglichkeit. Weil wenn ich dann später die Pigmente nehme, nehme ich auch gerne die Plastikbecher. Aber wie gesagt, auch jetzt erstmal zum Reihenanmischen ist für mich der Transparentenbecher einfach die bessere Variante, um meine Rührtechnik besser kontrollieren zu können. Ihr seht, ich habe jetzt gerade das Pink angerührt gehabt. Jetzt bin ich beim Schwarz. Und ist ein wunderschönes Schwarz geworden. Und genau, und hier ist das Pink. Und jetzt werde ich diese reingießen. Nicht wundern, ich stelle öfter so ein Zehbar drunter, aufgrund dessen, weil es sich dadurch auch ein Stück weit leichter nochmal kurz bewegen lässt. Das kann aber jeder so handhaben, wie er gerne möchte. Und genau. Während ich gieße, ich hoffe, euch gefällt selbstverständlich das Video. Ich versuche mir da immer viel Mühe zu geben. Ich versuche euch da auch, mir ist bewusst, dass manchmal meine Hände im Weg sind, dass ihr da halt trotzdem aber alles so gut wie möglich auch seht. Sollten Fragen offen bleiben, schreibt mir gerne Kommentare rein. Und ansonsten, auch wenn ich es jetzt schon immer sage, ich freue mich über jedes Abo, was ich kriege im Moment. Jeder Einzelne, der mich gerade abonniert hat, vielen, vielen Dank. Und ich freue mich aber eben auch genauso über einen Daumen nach oben oder eben halt über einen Kommentar, ob es jetzt Fragen sind oder positive als auch negative Kommentare, dass man dann vielleicht auch nochmal nachfragen kann, was habe ich vielleicht was falsch gemacht oder so. Das ist überhaupt keine Frage. Schreibt unbedingt gerne rein. Und dementsprechend für mich ist das Tatsache ein unheimlich schönes Hobby geworden. Nicht nur das Basteln, sondern einfach auch das Filmen dazu. Und dadurch freue ich mich über jeden, der sich mein Video dann immer anschaut. Ich versuche in der Regel aktuell immer sonntags hochzuladen und gegen zwölf meistens. Je nachdem, wie gut es klappt. Ich habe natürlich auch manchmal noch andere Tätigkeiten, da ich noch einen Hauptjob habe und nicht immer gleich dazu komme. Leider. So, und neben dem Ying und Yang habe ich auch, meine Freundin hat von mir einen Schlüsselanhänger bekommen. Ich kann schon vorweg nehmen, ich habe leider nur das Gießen gefilmt und nicht das Zusammenbauen. Ich muss mal schauen, wenn ich das nächste Mal einen Schlüsselanhänger mache, dass ich euch das zeige, wie ich das mache. Wichtig wäre, dass man nicht zu lange wartet, dann den Haken reinzumachen, aufgrund dessen, weil es dann einfach besser der Haken hängt. War das verständlich? Ich glaube nicht. Dass der Haken dann besser hält und halt eben nicht so schnell wieder rausgeht, wenn man den reingedreht hat. Weil das Harz festigt sich ja noch mit der Zeit. Das ist ja nicht nach 24 Stunden immer gleich extrem fest, sondern es braucht ja auch eine gewisse Grundfestigkeit oder nur ein paar Tage, bis das halt so dann noch fester wird. Und ja, meine Freundin heißt Claudi, beziehungsweise Claudia eigentlich, aber sie hat von mir das C bekommen. Und sie hat tatsächlich auch nicht nur ein C bekommen. Ich weiß gar nicht, ob ich das andere mitgefilmt hatte, da bin ich mir jetzt gerade gar nicht mehr sicher. Aber sie hat tatsache zwei Cs bekommen, aufgrund dessen, weil manchmal der Schlüsselanhänger leider schon kaputt gegangen ist. Und dementsprechend habe ich ihr einen Vorrat gemacht und sie hat gleich zwei von bekommen. Und sie bekommt natürlich immer, wenn ihr irgendwie einer abhanden kommt oder ähnliches, würde sie immer wieder einbekommen. Also, Claudi, du weißt Bescheid. Sag Bescheid, falls einer weg ist oder kaputt geht. Also, ich finde die Silikonform, auch wenn die von Amazon ist, sie hat bisher bei mir immer ihre Dienste geleistet. Ich hatte bisher noch keine Probleme mit. Und dementsprechend nutze ich sie natürlich auch weiter. Ich hatte noch eine Silikonform, die hatte ich noch bis... Mein Sprachvermögen ist heute nicht ganz so gut. Die Silikonform habe ich bisher noch nicht so viel genutzt, muss ich dazu sagen. Deswegen, das ist wie so ein Kettenanhänger mit dem Sternzeichen. Das heißt, dort ist jedes Sternzeichen vorhanden und ich wollte es einfach mal ausprobieren. Ich fand es jetzt nicht ganz so schön, deswegen hat meine Freundin das auch nicht bekommen. Aber es war trotzdem mal gut, das auszuprobieren. Und hier hatte ich jetzt tatsächlich noch ein paar Reste und habe damit einen Untersetzer gemacht, beziehungsweise das war mein allererster Versuch, eine Schüssel zu machen. Ich kann vorwegnehmen, es ist nicht ganz eine Schüssel geworden. Das lag aber an unterschiedlichen Sachen. Nehme ich einmal, ich glaube, ich habe zu lange gewartet beim Aushärten, weil die Schüssel, beziehungsweise den Untersetzer aus der Silikonform, sollte man so ein bisschen eher nehmen, als nach den 24 Stunden, so nach 8 Stunden, beziehungsweise 10, 12 Stunden. Man muss so ein bisschen schauen, wie es sich anfühlt. Und ich glaube, ich habe einfach zu lange gewartet, weil ich glaube, ich habe einfach zu lange geschlafen. Ich habe das nämlich dann über Nacht aushärten lassen. Und genau, und der andere Punkt ist leider auch gewesen, dass ich keine ganz so kleine Schüssel hatte. Ihr werdet sehen beim Rausnehmen, was ich meine. Die Schüsseln waren, glaube ich, einfach zu groß. Und dadurch ist diese Wölbung nicht ganz so schön entstanden. Und daher war das halt so ein bisschen ungünstig, jetzt einfach von meinem Handling her. Habe aber, ich glaube, das Video habe ich tatsächlich schon hochgeladen mit meiner Schüssel. Habe ich tatsächlich beim nächsten Mal ein bisschen besser gemacht. Ich habe eine kleinere Schüssel genommen und ich habe nicht ganz so lange gewartet. Und ich finde, dass die dann nämlich sehr gut geworden ist. Ich überlege gerade, wenn ich daran denke, versuche ich euch das zu verlinken und dass ihr dann so ungefähr wisst, was ich meine. Wie gesagt, die Schüssel, die in dem anderen Video ist, fand ich tatsache sehr schön. Aber ihr werdet auch jetzt das Ergebnis dann noch sehen und werdet hoffentlich so ein bisschen verstehen, was ich meine. Aber hier sind auf jeden Fall alle Reste soweit dann auch verwertet worden, weil das wäre jetzt echt schade gewesen, wenn ich sie hätte wegschmeißen müssen. Und dafür für so eine Sachen zum Ausprobieren. Ich versuche dann auch immer wieder ein paar Techniken auszuprobieren, zu schauen, was funktioniert vielleicht am besten, wie kann man es am besten machen, wo kann man welche Pigmente zum Beispiel reinmachen. Dafür macht sich das gut. So, ihr seht, das ist meine Schüssel. Es ist halt Tatsache, die Schüsseln sind wunderschön, finde ich zumindest, aber fürs Epoxidhals waren sie jetzt leider zu groß. Da ist dann auch mein C und auch der Anhänger, Kettenanhänger. Aber wie gesagt, ich fand ihn jetzt nicht so schön. Und jetzt das Beste für mich jetzt, Tatsache, auch wenn das Rausholen eine Vollkatastrophe für mich war, einfach, ich fand es so anstrengend, das rauszuholen. Und weil ich natürlich auch die Form nicht kaputt machen wollte. Aber so, ihr seht schon, jetzt ist das Pinke draußen. Und ich finde, es ist so, so schön geworden. Auch das Finish. Mir ist bewusst, viele werden jetzt denken, ah, das glänzt ja jetzt gar nicht. Aber ich finde, genau das macht diesen Charme gerade aus. Dass das so schön, mattes, glänzendes, ich weiß gar nicht, wie man es so sagen soll, für mich halt echt schön geworden. Und dadurch ist das für mich ein wunderschönes Ergebnis und kann sie in dem Punkt zumindest für einmal auf jeden Fall sehr empfehlen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns am nächsten Sonntag wieder.